Na ja, es geht besser. Warte, 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 warte. Ich hab ein Krass, ein Krass, ein Krass, ein Krass. 3126. Herz kommt und 294 Erfahrungsprojekt. Prozent er wird noch mit 400 drei Prozent mit 4.000 Prozent die Geist-Aussteuer und Köln ist von diesen Spulen Schiefer-Panzer kaufen die Neue zweitens tun ich muss aber ich brauche ein 50.000 oder wie viel kostet der andere Jetzt hab ich nur noch 4.000. Bist du bereit? Warte, 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 warte. Ich geh jetzt nämlich mit dem Chi-Kar. Und vielleicht aber 57 Meter lang. Warte mal, ich muss ganz kurz was nachschauen. Jeder, der sich das jetzt auf YouTube ankommt... Alter, der nervt. Warte mal. Ich muss nochmal schauen, wie der Ton ist. Na gut. Ich nehme den Chi-Ha so wie er ist. Warte mal ganz kurz. Chi-Ha! Booyaa! Typ 25 Minuten. Chi-Ha! Booyaa! Ah scheiße, ich muss den ja auch noch warten. Warten. Ja Leon, du wartest jetzt gefällig. Oh, der hat bei der Trugladung geschlossen. Von den hole ich mir mal 2 Stück. Punkt. Ja, den sorry, den musste ich jetzt einfach kriegen. Warte, wer das jetzt gehört hat. Sorry, den musste ich kriegen. Ähm... Das hätt ich mal vor der Aufnahme machen können. Fällt mir grad auf, ne? Ja! Kann ich mit 2 von den Klingelmeister? Yeah, kann ich. Warte, warte, warte. Warte, warte. Warte, warte, warte. Vorher hol ich mir einen Löschweiß. Aaaaah! Aber kurz ein Fress, der schon mit Gott in den Löschweiß. Aaaaah! 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 Ja, ihr hört grade wie ich ihn abflässe. Biss... Biss... Ich muss aber alleine kommentieren, während sich der Leon ein Milchreiß holt! Ich weiß vor! Biss... 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 Ich esse meinen Milchreiß jetzt mit einem Suppenlöffel! Biss... 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 das gefällt, und außerdem ist das ein bisschen kacke, wenn du Bock hast. Ah, fäng dich doch, Computer! Boah, das ist ein Shotzu, und zwar bei Scheiße. Die Wolverine? Ja klar, aber schlecht, nicht doch. Ich hab vor der Wolverine nur Respekt, weil die irgendwie geil aussieht. Aber auch egal. Hm. 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 Leon, kannst du eigentlich schon fahren? Nein, kann ich nicht. Wieso? Weil schon losgeht. Ja? Ja. Ich glaub, jetzt kann ich warten. Warte, warte, ja, ich kann mich bringen. Hö, Leute, der hat ein Heck auf die Front angeht. Also, im Turm. Warte, ich warte mal auf dich und fahr dann mit dir. Oh, ich glaub, ich schieß ja mal in mir auch. Danke, sehr freundlich. Boah, der hat 220 Leben, fucking is that. Hm. Fight, kurz ab! Ja, da kommen Mongos. Hallo, guckle. Kann ich das, kann ich das Haus empfangen? Ja, ich hab das Haus empfangen. Oh. Ficken! Uh, super gut. Hammer, geil, ich hab 8 FPS. Und Leon hält dich schön im Hintergrund. Hey, Leon, verschickt dich in einen Busch. Da ist etwas langes ein Busch. Oh, komm schon, das war doch dein Abfaller, super. Oh, komm schon, das war doch dein Abfaller, super. Hey, Noah, ist tot? Nein. Ich leb noch. Ich hab das Feuer grad an dir vorbei, ne? Ich weiß. Soll ich euch leg noch? Du bist tot. Ach, wirklich? Ich bin so mutig. Alter, ich hab einen abgeschossen und da hab ich vier andere abgeschossen. Warte mal einen langen Schritt. Ich hab einen abgeschossen und hab den 25 Schaden gemacht und dann... Noah, du hast keinen abgeschossen. Ich hab nicht, doch. Nein. Wir waren auf Papp. Wir waren auf Papp. Ja. Dann ist da jetzt eigenes Team und Gegner durchs Team. Schau mal, ob da oben... Ich hab nicht, ich hab nicht gesagt getötet. Ich hab nur gesagt abgeschossen. Ich hab den 25%... Ich hab den 25% abge... ähm... zogen und dann haben vier andere Panzer auf mich geschossen und ich war tot. So, sie ist ungefähr abgelaufen. Und ich esse jetzt ne hammergeile Bio-Banane von Tegut. Äh, Leon. Wieso so viel Werbung mit dem Video? Eine Bio-Banane von Tegut. Eine Bio-Banane von Tegut. Eine Bio-Banane von Tegut. So wird... Bi... Bio! Diese zwei Folgen werde ich definitiv Fleischwerbung nennen. Fleischwerbung? Ja. Das wird ja immer ein... äh... scheiß Schleichwerbung. Schleichwerbung ist so cool. Nur weil ich nicht weiß, was Schleichwerbung ist. Sie sind trotzdem cool. Also, übrigens... Dieses Video werde ich nicht dazu kennzeichnen, dass ich einen bestimmten Abschnitt nur mit äh... Product Placement... Ähm... Auf... Product Placement... Tegut. Ich hab einen Ne Watcher bekommen. Du gehst... Mami... Von deiner Mum... Aaaaaaaaaaaaaaaaahaaaaaaaaaaa... Sieht du aus! Jetzt kann ich endlich mein Milchweiss mit meinen teriae. Ja... Wem guck mir mal zu? Ich glaub ich guck dem Herrman zu. Hermann? Nein, Hermann. Hermann! 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 Der Hermann hat eben gerade einen getötet. Hermann hat auch... Wir werden den Hermann schon auf dem Gewissen. Zwei. Äh, ja, z.z.z.1. Wie viel tötest du denn, Hermann? Zwei. Na, Soldat hat vier. Hm, auf den geh ich jetzt mal. Äh. Ja, jetzt bin ich auf den. Interessant. Oh, Hermann 3 hat fast übelst gekillt. Hm. Nicht recht mit Suppenlöffeln. Alter, dieser Shooter hat schon sechs Kills. Ich werde dir jetzt für das Spiel Geld ausgegeben. Ähm. Doch, da bin ich. Weil der... ...ein C1 hat die hat. Wie kommst du darauf, dass man Geld ausgibt, wenn man viel Geld hat? Nein. Ich gehe davon aus, wenn man Geld... ... dass man für das Spiel Geld ausgegeben hat, wenn man nur einen Panzertyper hat. Oh, haben wir Geld, wir haben gewonnen. Leon, gib mir dann mal Bescheid, wie viel du gegeben hast, du kriegst. Hm. Hm. Bei mir ist wieder World of Tennis kurz vorm Abschmieren. Ähm. Ja, es ging aber schon mal besser. 382 erfahrenen 4809 Simoleons. Wieso nennst du die Simoleons? Warum? Hm. Soll ich die World of Tennis und Oleons nennen? Ja, bitte. Mach's doch. Gut, ich bin bereit. Bei diesem Spiel ist es übrigens schwer, sich in Namen auszudenken. Mhm. Bei über 40 Millionen Mitspielern, die alle so kreativ und bumm sind. Habt ihr's gekackt? Wadi? Was ist ein Wadi? Kenn ich überhaupt nicht. Wie ist das? Ja. Das seh ich. Aber die Map kenn ich überhaupt nicht. Tja. Äh, Leute. Der Panzer im Gegner zwischen dem Team der Erste heißt Mathilda. Hahaha. Hammer, geil. Der kriegt alle auf. Ach so. Hast du den Mädchen mit P gesagt, weil ich jetzt in der Play keinen Namen nennen will? Dass Flecken mit E geschrieben wird? Weiß ich nicht. Ich glaub nicht. Also hast du's ihr nicht gesagt. Nein. Hammer, geil, wie mein Panzer eben geflogen ist. Wer du bist? Ach du... Ach du kannst dich ja noch nicht fahren. Hab ich ganz vergessen. Äh, nee, das Problem ist gerade, ich versinke im Sand. Ja, jetzt geht's. Jetzt bin ich draußen. Ich bleib mal weit, Jo. Ich kann's noch nicht wieder Platz gehen. Und jetzt sind's wieder mein Chips. Und jetzt sind's wieder mein Chips. M-m-m-m-m-m-m-m-m-m. Kommt mal nicht nur einen Stück Scheiße vom Panzer. Wo ist der Scheiße vom Panzer? Hallo lieber Leon. Ich fall' mal ins Wasser, wenn's dich nicht stört. Na ja, ist die See nicht was schönes? Nein, Wasser war da hoch! Ah gut, ich dachte schon, der schafft's nicht. Schönes Wasser mal so ganz nebenbei bemerkt. Das ist das, was ich an Roll-Up-Tanks mag. Dass du nur noch 90% hast! Scheiße! Okay, ich sollte mehr produktive Sachen machen und nicht irgendwo runterfallen. Und meine FPS sollte mal hochgehen. Wie viel hast du? Mio. Ich komme zu dir, oder du zu Mio? Nein, das ist nicht 90%.